Hallo, ich bin der Sebastian und dies ist mein Werkzeug. Als Kfz-Techniker sorge ich für Verkehrs- und Betriebssicherheit von Personen- und Nutzfahrzeugen. Mit Hilfe moderner Analysegeräte spüre ich Fehler und Schäden auf, die ich anschließend behebe. Auch Optimierungen kann ich so vornehmen. Meine Hauptaufgaben sind somit die mechanische sowie elektrische Wartung und Reparatur. Damit die Kundschaft Freude am Fahrzeug hat. Mir gefällt auch mein Beruf, dass ich lerne verschiedene Fahrzeuge zu reparieren, jeden Tag andere Aufgaben erledigen kann und dass wir eine tolle Gemeinschaft sind. Wenn du auch lernen willst, wie man Autos repariert und gern selbstständig arbeitest, bist du bei uns genau richtig. Komm schnuppern, wir freuen uns auf dich. Ich bin der